Hallo hier bei der Phenikon. Mein Name ist Franz Josef Feimer, ich bin Geschäftsführer und ich habe die Phenikon vor zehn Jahren gegründet. Mit der großen Vision, die uns seitdem begleitet, der 100 Prozent Energiewende. Wir wollen also Energiewende nicht nur so verstehen, dass man seinen Zähler auf Null bringt, sondern dass man mit dem Speicher, mit dem Energiemanagementsystem aufgestellt ist, für alles was die Energiewende noch bringen wird, so dass wir wirklich die 100 Prozent Energiewende damit unterstützen. Es gibt schon ganz tolle Phenikon Commercial Speicher und Phenikon Industrial Speicher. In diesen Segmenten sind wir sehr erfolgreich mit Phenikon Produkten unterwegs und jetzt neu gibt es den Phenikon Home, unseren neuen Heimspeicher, mit dem wir im Heimspeichermarkt unsere 100 Prozent Vision auch komplett umsetzen können. Mein Name ist Leo Grittel, ich leite den Vertrieb bei Phenikon. Unser ganzes Team und auch unsere Partner freuen sich schon sehr eben auf dieses neue innovative Zukunftsprodukt, bei dem wir all unsere Erfahrungen im Energy Engineering einfließen lassen haben, um sowohl in Hard- als auch in Software-Seite ein Produkt zu kreieren, wo wir viele Möglichkeiten haben, eben die 100 Prozent Energiewende, die ja unser Ziel ist, nicht nur in der Stromwelt, sondern auch in dem Thema Elektromobilität und auch in der Wärmewelt und der Elektrifizierung der Wärmewelt mit einfließen zu lassen und das Produkt da auch gut für den Großhandel und auch andere starke Marken zu platzieren. Und deswegen ist unser Versprechen eben, dass ein Home immer mitwachsen kann. Diese jederzeit Erweiterbarkeit haben wir eben auch in der Kapazität sehr gut umgesetzt mit einem stapelbaren System, das eben mit den Bedürfnissen der jeweiligen Besitzer flexibel mit wachsen kann und das auch die Möglichkeit bietet, zu einem späteren Zeitpunkt die Kapazität dieses Hochvoltspeichersystems nochmal zu erweitern. Der Wechselrichter ist natürlich die Verbindung zur Stromaußenwelt der Batterie und da haben wir darauf geachtet, dass wir alles erfüllen, was man sich dort vorstellen kann. Also er ist sehr, sehr leistungsfähig. Er ist notstromfähig, immer schon implementiert. Er ist inselfähig. Das heißt, auch wenn das Netz ausfällt, kann man weiter Strom produzieren und den weiterhin auch nutzen. Er ist sehr, sehr effizient und er ist sehr genau in der Ausregelung, sodass man hier wirklich alle Ansprüche, die wir auch an uns haben, erfüllen konnten. Diese sehr flexible Erweiterbarkeit haben wir eben umgesetzt in diesem Hochvoltsystem mit 2,2 Kilowattstunden erweiterbaren Batteriemodulen, die sehr einfach aufeinander gebaut werden können und bis zu drei Türme eben dann auch parallel geschaltet werden können. Genau, und obendrauf auf den Turm das Batteriemanagement-System einfach draufgesetzt und es funktioniert. So war also bekannt. Zusätzlich haben wir aber hier nicht aufgehört, sondern haben mit der FEMS-Box das Energiemanagement dort nochmal mit eingebaut und auch weitere Installationsthemen, die sonst an der Wand montiert werden müssten. Und dann sind wir ja auch schon mit der FEMS-Monitoring-Plattform und es ist gleichzeitig der App-Store. Und wenn ich jetzt eine Wärmepumpe aktivieren will, eine Ladestation oder auch mehrere aktivieren will in Halbstadt, dann nehme ich mir einfach, wie wir es vom Handy kennen, die jeweiligen Apps dazu, aktiviere sie und alles funktioniert aus einem Guss miteinander und wird auch zusammen angezeigt. Ja, das waren jetzt die Applikationen, die zu Hause direkt hinter dem Zeller funktionieren. Zusätzlich gibt es dann noch weitere Möglichkeiten, um das Ganze mit draußen zu verbinden. Einfach um auf flexible Stromtarife zu reagieren, um eine Flatrate, eine Cloud zu haben, haben wir mit verschiedenen Anbietern dann die Möglichkeit, für sie das Richtige zu finden. Also, der Finnecon Home, die richtige Entscheidung für ihre eigene, ganz persönliche Energiewende. Wir freuen uns drauf und damit schönen Gruß aus Deckenburg. Wunderbar. Wunderbar. Mistenchen, die Inhaling Längstern will man Kristina,дуkang,